Gute, intensive. Das erste Spiel ist nicht so verlaufen, wie wir es vorgestellt haben. Wir haben dort nicht so gut gespielt. Umso glücklicher haben wir noch einen Weg zum Sieg gefunden. Gestern hatte ich das Gefühl, es war eine sehr gute Leistung für ein Auswärtsmatch. Wir hatten keine Hänger im zweiten Ritual, aber im dritten Ritual sehr gut korrigiert. Ich bin sicher sehr zufrieden mit dem Verlauf der jetzigen Serie. Es war sicher gut, dass wir in Zürich gewinnen konnten. Aber morgen müssen wir zu Hause gewinnen. Morgen ist extrem wichtig für die ganze Serie, habe ich das Gefühl. Und das haben wir unbedingt gewonnen. Es war sicher eine sehr wichtige Rolle, dass wir ein bisschen Go bekommen. Gestern haben wir ein unglückliches Go bekommen. Wir haben auch gegen Vor- und Offensiv gute Aktionen. Wir sind die Powerlinie. Wir mussten die Rift Adier extrem unter Druck setzen und die Körbe spielen. Das ist uns bis jetzt gut gelungen. wir können das erste Mal bei den Bggen-τflanzen begrenzt! Wir sind jetzt sehr speziell, und wir haben einen Begriff Körbe dabei.